Was macht ihr denn jetzt immer? Das müssen wir nur so einfach gehen und warten, dann wird das Bier verlost. Warum man das macht? Das ist ja nur so ein Turm, oder? Und jetzt kriegen wir das mit dem Turm. Und immer weiter. Jetzt stehen wir. Das ist ja nur so ein Turm.